Das Wichtigste waren bisher immer, und das wird so bleiben, die Menschen, unsere Mitglieder, die Kunden und die Mitarbeiter unserer Bank. Wir sind eine Genossenschaftsbank vor Ort und keine Aktiengesellschaft. Ja, genau deshalb sind für uns eine hohe Mitglieder- und Kundenzufriedenheit und eine gute Mitarbeiteridentifikation. Sehr wichtige Unternehmensszene. Aber gerade mit dem, was wir in der letzten Zeit geschafft haben und im Hinblick auf die letzten 140 Jahre Entwicklung unserer Bank, haben wir unter Beweis gestellt, dass das möglich ist. Es ist schön, in dieser liebenswerten Region im Osnabrücker Land für die Menschen und für die mittelständische Wirtschaft arbeiten zu dürfen. Es gibt Aktienbanken, es gibt kommunale Kreditinstitute und es gibt Genossenschaftsbanken. Wir, die Volksbank Bad Laa, Borgle, Hülter, Melle, werden getragen von unseren Mitgliedern. Die Mitglieder sind damit Teilhaber der Bank. Jeder kann mitbestimmen, denn eine Genossenschaft ist demokratisch. Auch nach 160 Jahren ist die Genossenschaftsidee nach dem Motto, was einer nicht schafft, das schaffen viele, aktuell und zukunftsfähig. Warum ich Mitglied bin? Weil die genossenschaftliche Idee die richtige ist. Seit 140 Jahren sind wir gewachsen. Heute sind wir die Volksbank Bad Laa, Borgle, Hülter, Melle. Unsere Wurzeln haben wir dabei nicht vergessen. Wir sind in der Volksbank Bad Laa, weil wir dort keine Zahl sind, sondern weil man uns persönlich kennt. Wir sind nicht nur für das alltägliche Bankgeschäft der beste Ansprechpartner. Baufinanzierung, Immobilien, Vermögensanlage und Wertpapiere, Versicherung und auch Bausparen. Also die Liste hört gar nicht auf und für jeden Bereich haben wir auch Spezialisten. Wer baut, muss viel beachten. Es geht um die Details. Wir machen keine 0815-Beratung. Wir sind top zufrieden. Die Beratung war von Anfang an klasse. Unser Berater war auch immer für uns da. Und wenn wir Fragen hatten, konnten wir jederzeit kontaktieren. Wir fühlen super aufgehoben bei der Volksbank. Ja, wie entsteht das große Unternehmen? Wie alles im Leben von Null an. Der Anfang ist nicht einfach. Man muss nur dran glauben. Das Wichtigste ist heutzutage ein guter Partner. Und da ist natürlich auch wichtig, dass in den schwierigen Zeiten die Bank, die Hausbank zu einem steht. Und da haben wir die allerbesten Erfahrungen gemacht. Und ich hoffe, das geht auch so weiter. Wir sind Partner des Mittelstandes. Made in Germany. Ein weltweiter Begriff, der für Qualität steht. Das passiert aber nicht nur bei den großen Konzernen, sondern auch bei den Unternehmen vor der eigenen Haustür. Der Mittelstand ist die tragende Säule vor Ort. Genau diese Arbeitsplätze sichern das Wachstum unserer Region und der 65.000 Einwohner. Für uns ist es sehr wichtig. Aber das geht auch nur, wenn man Profis an seiner Seite hat. Eine richtige und vor allen Dingen gute und persönliche Beratung ist unumgänglich. Und dafür sind wir hier. Wir machen wirklich so viel für unsere Mitglieder und Kunden. Gerade für unsere Jungen. Von ganz klein bis ganz groß. Aktionen in den Kindergärten. Veranstaltungen und Feste vor Ort spannen wir. Ausflüge für jede Altersgruppe. Kundenveranstaltungen bieten wir an. Ja, es ist eine ganze Menge. Die Reinherträge aus dem Gewinnsparen sind unheimlich wertvoll. Daraus können wir jedes Jahr mehr als 20.000 Euro den Vereinen und gemeinnützigen Organisationen zukommen lassen. Was wir damit schon alles erreicht und bewirkt haben. Es macht einfach Spaß, Menschen lachen zu sehen und zu wissen, dass man helfen kann. Wir sind eine erfolgreiche Genossenschaftsbank. Und das möchten wir auch in der Zukunft bleiben. Und unsere Mitglieder sowie die Region aktiv und engagiert fördern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017